Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wir haben Tag 26, 6 Uhr, bisschen später. Ich habe mich noch ein bisschen rumgebastelt. Und das sammle ich mir erstmal gerade noch ein bisschen ein. Ich habe die ganze Nacht über gecrafted hergestellt und so weiter. Ihr seht es hier gerade, ich bin da ordentlich bei. Da könnte ich das eigentlich gleich mal ansetzen. Das Problem ist natürlich dabei, dass wir zu wenig Ansicht, zu wenig Material haben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, heute mal eine ganz entspannte Loot- und Crafting-Folge zu machen. So eine Art, also im Idealfall finden wir zwischendurch auch nochmal ein Schneemium. Aber ich brauche Ölschiefer. Das brauche ich ganz, ganz dringend. Ich brauche Ölschiefer, ich brauche Sand sicherlich auch. Aber so ein Kram ist halt. Sand vielleicht dann auch mal für Gläser oder sowas, also für Glas generell. Also das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Was ihr jetzt hier gerade seht, was ist meine neue Errungenschaft? Ich habe mir nämlich gedacht, ich gucke mal nach, wie viel jetzt die Stahlachs kostet, ob ich sie craften kann. Ja, ich kann sie craften und deswegen wurde aus einer 1-Level-Stahlachs jetzt eine 5-Level-Stahlachs. Deswegen habe ich mir die mal eben gecrafted und natürlich auch gleich die Mord draufgepackt für 15% mehr Schaden gegen Holz. Und was wir gleich nochmal gucken könnten, ich hatte ja auch gesagt in der letzten Folge, ich gucke mir das hier mal an, die Geschichte, ob die mehr bringt. Hier hätte sie wieder, also Kältewiderstand 4, Hitzewiderstand 10. Mal gucken, was die Mord macht hier vorne. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich nehme das mal kurz raus, verändern. Kann ich da direkt drauf gucken? Nee, das geht leider nicht. Verändern. So. Jetzt ist die Widerstand, also 2,9. Die ist auf jeden Fall besser. Okay, alles klar. Dann nehmen wir die mal raus, die Mord, und packen mal die Mord drauf. Dann haben wir ein bisschen mehr Schutz gegen Hitze. So. Und dann ziehen wir das auch wieder an. Okay, super. Dann packen wir das sonst erstmal wieder in die Klamottenkiste. Was kriegen wir dafür? 38 Dollar. Das ist bei uns nicht wirklich. Und dann schauen wir mal, dass wir nicht überhitzen. Wahrscheinlich werden wir das so oder so tun. Äh, wobei... Okay, wir haben natürlich den ganzen Krams... Äh... Wirklichkeit. Ja, das ist natürlich alles Zeug, was uns ein bisschen schwer macht, ne? Aber wir haben ja unter Getränke haben wir ja noch den Juckersaft dabei. Der sollte uns eigentlich runterkühlen, oder nicht? Wir werden das noch... Durchfall heilen. Ausdauerwiederherstellung, Dauerwasser. Durchfall. Aufgeschwindigkeit, Ausdauerwiederherstellung, Wasser. Fernkampfschaden. Wir nehmen mal ein bisschen Kaffee mit. Und... Auf jeden Fall auch noch ein bisschen Wasser. Ja, zur Not haben wir eben... Das ist eben der große Vorteil. Haben wir eben das Bike dabei, ne? Das ist ganz gut. Ähm... Das werde ich nochmal ganz kurz verbraten. Die Sachen. Stein und... Stein und Sand lasse ich hier. Das brauchen wir momentan nicht. Das können wir nochmal ganz kurz verbraten. Werkzeuge. Dann nehmen wir nochmal den mit. Dann ziehen wir uns gleich mal unten rein. So. Äh... Okay. Oh, hier sind wir auch gleich fertig. Ich hatte nämlich auch mal pauschal... 300 Eisenbarren hergestellt. Da wollte ich die Leitern mitmachen. Hier für den Bunker. Und... Äh... 500 von den... Von den Rahmen. Also von diesen, äh... Äh... Wie heißt das? Offiziell noch. Oder mal. Stahlgerüstblock. Stahlgerüstblock, ne? Ähm... Von dem würde ich... Wollte ich mir auch ganz gerne 500 Stück herstellen. Einfach um... Äh... Ja. Um ein bisschen was auf Lager zu haben. Erstmal vorerst. So. Hier packen wir es erstmal wieder rein. Hier bin ich auch dabei noch eben... Lehm und Eisen mit einzuschmelzen. Das, was wir jetzt schon verbraucht haben. Hier ist auch noch wieder alles in Gang. Hier können wir so langsam auch mal wieder Zement... ...abgreifen. Das ist von einer Bar. Noch eine halbe Stunde. Okay. Dann tüdeln wir erstmal los, würde ich sagen. Machen wir erstmal wieder ein paar Blöcke fertig. Also ein paar Betonblöcke. Und dann schauen wir mal zu, ob wir nicht noch irgendwo mal abgesehen jetzt... Also wie gesagt, ich brauche Sand. Ich brauche Ölschiefer. Weil Benzin wird so langsam knapp. Also da müssen wir tatsächlich jetzt mal ein bisschen bei. Und Blei. Ne? Blei wäre auch super, weil wir haben jetzt Schießpulver relativ gut. Wir haben Messinghülsen relativ gut. Aber eben momentan kein Blei. Da müssen wir also mal für Nachschub sorgen. So. Wir können jetzt natürlich noch Benzin so organisieren. Also primär würde ich sagen erstmal Benzin. Also Ölschiefer. Das wäre glaube ich jetzt erstmal die Nummer 1. Ich packe mal da hinten. Und danach machen wir den Rest. So. Und hier hauen wir jetzt erstmal kurz das Beton rein, was wir gesammelt haben. Starten wir jetzt hier vorne oder hier? Eigentlich ist es Wumpe. Wo wir starten. Eigentlich ist es wurscht. Wurscht. Hier haben wir schon ganz gut weiter gemacht. Kommen wir da noch ran so gerade? Oder? Äh. Oh ja, es reicht. Sehr schön. So. Dann sind die Flecken nämlich auch so langsam zu. Ich haue jetzt einfach erstmal alles zu hier. Also alles, was ich so am Beton habe, das haue ich hier erstmal rein. Weil das muss so oder so gemacht werden. Insofern verbrate ich erstmal hier das ganze Beton. Oder den ganzen Beton. So. Und dann werden wir uns mal ein bisschen auf Loot-Tour begeben. Beziehungsweise auf Harvesting-Tour ist es ja eigentlich eher. Braucht Material. Aber gleich hat man glaube ich auch hier in der Nähe. Ich muss gleich mal gucken, ob wir nicht da schon irgendwo eine kleine Mine angefangen haben. Ich meine nämlich schon. In die nächste Horde kommt bestimmt. Beziehungsweise in die nächste Feral-Horde. Feral-Nacht. Besser gesagt. Was wir hier so schönen Punkten einsammeln. Na, wir haben eben 22.000 Punkte. Ah, geil. So. Machen wir hier unten gleich mal weiter. Gut, das war's. Sehr schön. Sehr schön. So. Gut. Ähm. Ja. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir denn gleich mal hindüsen. Also wir könnten natürlich, klar, Blei hätten wir hier auch in der Nähe irgendwo. Äh. Wo hatten wir hier Blei? Da ist zum Beispiel Blei. Da haben wir Blei, Kohle, Kohlenitrat, Kohle, Eisen, drei Tresore. Da weiß ich nicht, waren wir da schon mal bei? Eisen, 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 Eisen. So viel Blei Minen haben wir hier tatsächlich gar nicht. Wo hatten wir die Wüste? Das war irgendwo hier unten, glaube ich, ne? Ja, hier. Bunker. Bunker. Hier könnten wir tatsächlich nochmal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen mal kurz hier vorne hin. Hier vielleicht auf der Ecke irgendwo. Weil ich tanke vorher noch. So, einmal kurz tanken. Nachtanken, 100%. Den anderen Kram packen wir mal hinten rein. Das brauche ich jetzt nicht zwingend. Das packe ich da rein. Das brauchen wir gleich. Ja gut, so viel kann ich jetzt auch nicht ausmüllen. Gut, dann düsen wir doch mal los. Richtung Wüste. Ist mal ein bisschen Öl schiefer, wie gesagt, damit wir dann in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Öl, äh, Blödsinn, nicht Öl, Benzin herstellen können. Wir könnten zwar auch Öl herstellen dann aus Benzin, aber wir brauchen ja primär erst mal Benzin. Und dann, mal gucken, was der Tag noch so, äh, der Tag noch so mit sich bringt. Dass wir sonst eben noch ein bisschen uns noch Blei organisieren. Dass wir uns irgendwo eine Bleimine anlegen. Dass wir da erst mal ein bisschen hier versorgt sind. Und Blei ist, äh, muss auch erst mal eingeschmolzen sein. Das muss auch, oh, nochmal hier haben wir ein bisschen Blei. Ah, guck mal. Hier, da ist zum Beispiel schon mal Blei. Da haben wir schon mal, ach guck mal, das haben wir uns gar nicht markiert. Wegpunkt Blei. So, dann haben wir wenigstens in der unmittelbaren Umgebung auch nochmal eine kleine Bleimine. Oh, hei, 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 so, ich werde trotzdem mal schon mal ein bisschen Blei abbauen, es tut mir leid. So, mal kurz ein Stück weiter. Dass wir schon mal ein bisschen Blei einsammeln können. Ich weiß, wir wollen natürlich gleich Benzin holen, das machen wir auch gleich noch, aber, sag mal, den Oberflächen, das Oberflächenblei, das werde ich mir gleich mal schon mal gönnen. So. So, hier nochmal ein bisschen runterbuddeln. Ich muss noch mal eine Stahlschaufel machen, ich glaube, ich habe dafür auch noch genug Stahlwerkzeugteile, das muss ich nochmal gucken. Wollte das jetzt aber nicht vor der Aufnahme noch machen, das mache ich dann später irgendwie mal in der Nacht, dass ich mal nochmal eine Schaufel, eine Stahlschaufel mache, damit wir hier auch noch ein bisschen fixer sind. Da müssen wir auch noch ein bisschen skillen. Hatten wir eigentlich schon mal wieder aufgelevelt? Nee, ne? Achso, übrigens, ich habe, glaube ich, in der Nacht hatte ich noch einen Skillpunkt verballert und zwar war das, das war auch ein Tipp von euch, der wagemutige Abenteurer, da habe ich den ersten Räuber, habe ich den gemacht, hatte halt den Vorteil, dass wir eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit, äh, Auswahlmöglichkeit bei Questbelohnung haben und 5% mehr Dukes. Na, und das wird sich wahrscheinlich erhaltet, zwei zusätzliche Auswahlmöglichkeiten, drei zusätzliche Auswahlmöglichkeiten, also da haben wir dann, vergrößern wir eben halt unsere Chance, dass wir vielleicht mal ein Rezept mehr kriegen oder vielleicht irgendwie mal Stuff kriegen, der insgesamt ein bisschen, ein bisschen geiler ist. Dass wir vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Chance haben, achso, ein bisschen mehr Chance haben, äh, vielleicht noch was zu finden. so. Upsa. Hier ist schon ein bisschen eine Haubelei, das ist gut. da haben wir wenigstens hier mal ein bisschen Blei auch mal zum, zum Einschmelzen. so. Den Kaffee werde ich mir noch gleich, erstmal noch aufsparen für die viele Wüste. Habe ich eigentlich Holz dabei? Ne, ne? Das war zu viel verlangt. So, muss ich mich gleich wieder nach oben buddeln. Sonst setze ich auch nicht so das Problem. Das ist immer der einzige Nachteil, wenn man dann nichts dabei hat. Oder kommen wir hier noch gerade hoch? Ah, ne, ich muss noch einen Blick warten. So, das muss reichen. Ah. Gut. Wo ist mein Bike? Da ist mein Bike. Dann tüdeln wir mal gleich los. Äh, das nehme ich natürlich alles mit, das nehmen wir mit. Im Idealfall haben wir ja sowieso nur die, äh, haben wir sowieso nur die Ressourcen dabei und keine großen Blutaktionen hier. So, da würde ich, oh, alter Spiel, was ist denn hier los? Waren wir hier schon mal drin? Ne, ne? Ah. Waren wir vielleicht auch nochmal auf der Liste. Und hier ist, ah, starte ich das. Moin, guten Tag. Äh, ja, ist okay. Wir brüllen nicht so rum, aber wir müssen echt Benzin haben, weil sonst, ähm, laufen wir bald zu Fuß und das, genau das müssen wir verändern. Ansonsten ist mir ziemlich vieles egal, also auch irgendwie mit der Munition kriegen wir es auch irgendwie gebacken und wenn wir nur von Händler zu Händler fahren, um Munition zu kaufen. Aber Benzin, es wird da schon schwierig. Ja, bin ich wieder falsch und bin ich gefahren, Ja, bin ich natürlich wieder falsch und bin ich gefahren. Wir hätten mal da lang fahren sollen. Oder wir fahren mal rechts vorbei, dann kommen wir auch auf etwa auf die gleiche Spur. Dann fahren wir zwar einen kleinen Umweg, aber irgendwo kommen wir dann auch wieder irgendwo an. Uiuiuiui, Halt, was haben wir denn da? Oder wen haben wir denn da? Ja, hier ist sie. Ja, hier ist sie. Ja, wo ist der schon? Also. Zack! One hit. Fleisch nehmen wir immer mit. Bisschen und so füllen sich die Taschen relativ rapid und schnell. Dann guckst du hier ein bisschen, guckst du da ein bisschen und zack sind die Taschen gleich wieder voll. Haben wir zwar das Problem noch nicht, aber so fix geht das eben. Aber so ein Tier auseinanderzunehmen, das sind dann auch mal eben vier, fünf Slots oder so. sind wir hier auch einigermaßen auf der Spur. Eigentlich auch nicht wirklich. Naja gut, aber sonst fahren wir hier querfeldein oder das passt schon. Na komm, 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 komm. Hoch mit dem Arsch. Oh, ein Wölfelein. So, mal gucken. Ich glaube, ich werde den erstmal Bolzen reinflanken. Ähm. Ähm. Der Wolf ist allerdings noch jetzt. Ich sag ja, Tiere sind wichtig, Fleisch eine wichtige Nahrungsquelle hier. Ja, wunderbar. Da können wir auch gleich nebenbei noch ein bisschen jagen. Aber ich sag ja, nennen wir dieses Ganze nebenbei. Das ist das, was am meisten Zeit kostet. Können wir eben hier, guck mal eine Bleibmine. Oh, guck mal. Guck mal hier, guck mal da. Waren wir hier eigentlich schon? Ja, wofür schon. Es gibt hier noch so viel zu entdecken, na? Es gibt hier so viel zu entdecken. So viele Locations, die man hier mal abgerasen kann. Normalerweise müsste ich hier bei jedem kleinen Nest oder bei jedem kleinen Müllhaufen müsste ich eigentlich stehen bleiben und looten. Normalerweise. Naja, da kann überall unser Bohrer drin sein oder sonstige geile Sachen. Also hier kann sie echt schon halb tot lupen. So, auf geht's. Auf zum Öl! Ich hoffe, dass wir uns da nicht gleich wieder halb tot schwitzen. Meine werden wir wahrscheinlich trotzdem, aber vielleicht hat die Hutmott ja vielleicht so ein bisschen, Cowboy-Hutmott ja vielleicht so ein bisschen was gebracht. Naja, wahrscheinlich ja nicht. Das werden vielleicht so ein, zwei, ein, zwei belanglose Punkte sein. Jetzt müssen wir nur ganz minimal gegen die Hitze schützen. Naja, wir haben ein bisschen was zu trinken dabei. Und das Bike haben wir mit dabei. Das ist eben halt der große Vorteil, dass du dann eben, egal ob du nun jetzt mal wegen Buff hast, wegen Hitzeschlag oder sowas, das ist vollkommen egal. Du setzt dich aufs Bike und fährst los, dann hast du dich das. Du wirst so genauso schnell wie vorher auch. Das Bike ist es egal, ob dir warm ist oder nicht. Das ist richtig gut. So, wir sind auch schon gleich da. So weit weg sind wir nicht mehr. Nachen wir uns gleich ein bisschen Öl schiefern. Dann können wir nämlich in der Nacht wunderbar dann gleich Benzin herstellen, tonnenweise. Was fahr ich hier eigentlich vom Müll zusammen? Oder ist Eisen? Das selbe, was ich sehe, ist Eisen-Nitrat. Kleidung ist warm. Ja, das ist klar. Dahinten ist, glaube ich, Öl oder ist es nicht? Ja, hier ist auf jeden Fall Öl schiefer. Ja, hier ist auf jeden Fall Öl schiefer. Hier ist sowieso. Es ist drückend heiß. Ja, ja. Es ist drückend heiß. Deswegen hauen wir uns auch gleich mal ein bisschen Wasser rein. noch ein bisschen Öl schiefer. So, ein bisschen mehr Wasser und auch gleich mal ein bisschen Kaffee, damit wir mal ein bisschen Ausdauer kriegen. Und holen uns jetzt ein bisschen Öl schiefer. öffnen. Pämm. Dass ich den Kieren in den Kopf gepusten muss. Ich glaube, ich bin so langsam overpowered, was so manche Schadens, äh, Begrenzung angeht. Na, naja. Was willst du machen? Besser, als 30 Mal draufzuschießen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Öl wir am besten abnehmen. Äh, mal gut, ein Stack Öl wäre natürlich schon ganz gut. Ein bisschen Sand kriegen wir hier gütigerweise auch noch raus. Das ist natürlich praktisch, ne? Na, wir müssen uns unbedingt mal eine Stahlschaufel machen. Ich glaube, das werde ich in der kommenden Nacht, wenn ich dran denke, werde ich das mal machen, mir eine schöne Stahlschaufel basteln. Das sind ja alles, glaube ich, Fünfer-Tools, die ich jetzt bauen kann. Hier ist warm. Ja, und hier ist durchaus warm. Vor allem, wir sind jetzt, ah, so ein bisschen geschützter hier unter der Erde. Das finde ich auch nur was jetzt unter der Erde. Die ein, zwei Meter unter der Erde hier. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist uns wieder drückend heiß. Hier ist auch noch ein bisschen im Schiefer. Achso, ne, okay, alles klar. Das ist einfach nur Gravel, alles klar. Ich dachte, das wäre noch irgendwie direkt Nitrat daneben. Ich dachte, das wäre Nitrat. Na, Ölschiefer kriegen wir tatsächlich gar nicht so viel raus hier. Habe ich so das Gefühl zumindest. Hier ist warm. Hätte ich fast nicht für möglich gehalten in der Wüste. Aber hier wegen schönem Ölschiefer, geil. So, einmal kurz ein bisschen relaxen. Ein bisschen Stein kriegen wir auch raus. Das ist natürlich super. Jetzt können wir mich gleich verworsten in der Nacht für Beton. Das ist natürlich nice. Kaffee schon hier alle, wa? Na so. So, wie viel Ölschiefer haben wir denn schon? 3.225, ist nicht schlecht, ja. Hier natürlich immer mehr. Blei haben wir schon 1780. Das ist gut, da kriegen wir einiges wieder an Munition raus. Ohlalalalalala, lala, hui, jajajajajajaj. Uh. Das war ein bisschen too much. Das war ein bisschen too much gerade. Da ist auch einiges runtergekommen gerade. Da haben wir so eine richtige, eine richtige Blase gerade gepoddelt hier, glaube ich, gerade. So eine richtige Gravelblase. Ohlalalala, ich werde mir den Posten hier auch mal markieren. Öl. Nicht Öl, sondern Öl. Mit dem grob wissen, wann wir gepoddelt haben oder wo wir gepoddelt haben. aufpassen, dass wir nicht gleich wieder was auf den Kopf kriegen hier. mal durchatmen, noch ein Käffchen rein dampfen. Ops. Ops. so. Mühtel, wenn jetzt nicht das Eichhör. Wir werden natürlich alles schöner mit dem Bohrer. Ich erwähne es nochmal so ganz nebenbei, da ich ja relativ wenig von Bohrern rede. Naja, es ist natürlich, ja. Was soll man sagen? Ich meine, wir könnten natürlich auch die Strategie fahren und versuchen vielleicht dann doch durch die Questgeschichte das irgendwie rauszukriegen. Könnte man machen, aber ich glaube, egal wie ich es machen würde, ich würde irgendwo, würde da sowieso nichts finden. Und würde irgendwie auf irgendeinem anderen Wege würde ich wahrscheinlich an den Bohrer kommen. Ich weiß es nicht. Es gibt ja kein Patentrezept, wie du einen Bohrer findest. Da gehört einfach teilweise Glück zu. Was heißt teilweise? Es gehört ja jubelwiegend Glück dazu. Und sicherlich auch eine gewisse Art, sicherlich eine gewisse Art Skill natürlich. Na, wenn du jetzt tatsächlich darauf gehst, zum Beispiel auf diese Quests, äh, Skills, ne, dass du dann wirklich mehr Items und was alles rauskriegst, dann ist das natürlich, ja. So. Buch, was denn das? Rimmer? Sieben? Ah, jetzt haben wir es wieder. Alles klar. Wenn man zu viele Screenshots und voll gemacht, dann ist das Hard drauf. Einmal weg. So, du bist hungrig, haben wir was zu essen dabei? Natürlich nicht. Den Stack haben wir auch schon voll. Ich würde sagen, wir machen noch einen zweiten Stack. Und dann, ja, gucken wir nochmal. Wir müssen mal schauen. Wir sind schon bei 27 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, hau ich mir tatsächlich noch, ich muss mich sowieso noch hier rausbuddeln. Ähm, ich buddel hier nochmal so für ein paar Minuten weiter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Vielleicht machen wir noch eine Quest oder, ne, eine Quest ist schwierig, aber vielleicht machen wir noch ein Haus und vielleicht noch ein Haus weg und dann machen wir uns nachher schon wieder auf den Rückweg. Dann ist der Tag 26 auch schon wieder gegessen. Unglaublich, wie schnell die Zeit hier vergeht. Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder, wenn ich hier irgendwann mal wieder aus diesem Loch rauskommen sollte. Also, macht's gut. Bis denn. Bis denn.